Es ist, wie soll man sagen, es ist genau meine Zeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Meint ihr nicht, ihr habt langsam genug getrunken? Wenn wir hier schon festsitzen, können wir auch das Beste draus machen, oder? Jawohl. Kann ich für Sie noch was tun? Nein, danke. Ich, äh, wir nehmen das.